Okay, da bin ich wieder. Genug Energie gesammelt. Yeah. Bosskampf-Action. Okay. Alles klar. Wohin bringst du mich? Eine Schildkarte, endlich. Hey, da ist auch der kleine Fisch, Junge. Okay. Das ist gut, das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Oh yeah, Blätter. Ich glaube, uns erwartet doch der letzte Bosskampf. Was habe ich denn zum Kochen? Was habe ich denn zum Kochen? Mal gucken, mal gucken. Rezepte, was brauche ich denn für was richtig Gutes? Das könnte ich brauchen. Jellyöl, habe ich noch Jellyöl? Nein, habe ich aufgebraucht, weil ich dumm war. Was macht das? Full Health. Habe ich so eine Bulb? Eine habe ich. Und Eelöl, aber ich kann nicht reizen. Am nächsten Mal brauche ich eine Küche. Hä? Wie kann ich denn Perogies machen? Hm. Plump Perogi habe ich schon. Okay, dann machen wir halt eine Menge von dem Zeug. Handwall. Alles klar. Ich glaube, an Heilung fehlt es mir momentan nicht. Flip. Okay, speichern wir nochmal. Wer weiß, was mich erwartet. Bartkratzende Action. Warte mal, das sind doch die ganzen Bosse, oder? Das sind die Hauptbosse, den habe ich getötet. Aha, aha. Aha. Seepferdchen. Riesenfisch. Also den Gesellen haben wir getötet. Den habe ich auch. Den kann ich nicht leiden. Heißt das irgendwas, wenn ich die nicht besiegt habe, dass ich nicht weiterkomme, oder so? Ich hoffe doch mal nicht. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Ich werde es auf jeden Fall sehen, bis ich meine Masterpiece complete habe. Du, kleine Naja, bist du, aber du kommst von einem, der ist perfektioniert. Du bist meine Companion für den Rest der Eternität. Du hast die Honour von mir gesehen, meine Final Masterpiece. But I am a conscious being, with my own hopes and desires. I do not belong to you. Yet it all sprang from my mind, my efforts, Ungrateful One. Bow before me and worship your Creator. No, I will not. I have lived free. I have explored beyond. You have been allowed to play in my realm. Now your turn is over. You will love me and nothing else. But have you ever truly loved? Has anyone ever willfully loved you? You will love an aberration, a foul symbol of chaos. Why does such a small creature brighten you so? Perhaps you're not as powerful as you claim. Perhaps you can only control what lies in the water. Fool! I am a god! Perhaps you dreamt to be. But I will never worship you. Then... you must die. A terrible creature. He is alive. To be. To be. To be. To be the world. To be. To be. To be. To be. Absorbieren wir erstmal ein paar Quallen. Ja, gib mir doch die Macht, gib mir die Macht zu töten. Das war ein guter Schlag. Ich habe dein Gesicht zerstört? Das ist schlecht. Okay, benutzen wir alle unsere Sachen. Nutzen wir erstmal ein paar Handrollen. Du kannst mir auch aus dem Weg gehen. So spielst du mit Gift, giftige Quali, ich werde deinen Kopf zerstören. Verdorbener, verdorbener einer. Okay. Drauf ballern scheint die einzige Möglichkeit zu sein, diesen Boss zu besiegen. Nein. Ah, okay. Wow, mein Lebenserzeiger ist ziemlich low. Oh, sie ist davon gekommen. Ich komme nicht zurück, okay. Ich muss es also einfach allemal bänden. Ekelige Kreatur der Unterwelt. Das ist ziemlich eklig. Lass mich raten, der geht nach hier und hier muss ich mit kämpfen. Aber doch nicht in Dunkelheit, bitte nicht in Dunkelheit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Okay, weiter. Ja. Was du sagst? Das kann ich gegen ihn unternehmen. Muss ich ihn etwa nach da hinten locken? Sieht stark genug aus. Ich meine, er macht ja nichts. Muss er da hinten reinbeißen? Ah, ich weiß ja nicht. Äh... Du bleibst da drin, faule Kreatur. Bis ich weiß, was ich tun muss. Müssen wir über Licht machen. Und reinig kämpfen. Ah, ich hab's kapiert. Ah, ich hab's kapiert. Wo bist du, kleines Kostentier? Wo bist du? Wo bist du? Ich will das da. Ice Cream! Yeah! Ah, da bist du. Autsch! Ich muss jetzt aufpassen. Er rennt ziemlich stark und schnell. Hm. Das ist mehr für Steckis als kämpfen. Aber okay. Ich meine, seine Kämpfe waren jetzt auch nicht grad schwer. Da war der Titan schon schwieriger. Aber vielleicht kommt's ja noch. Ja, ich will das. Wo bist du? Häh! Wo ist er hin? Ah, da ist er. Er ist nur ein Einfallkreatur des Meeres. Autsch. Okay, er wird jetzt wahrscheinlich wegen gestörter rumrennen. Und ich muss ihn finden. Es ist ja ein toller Bosskampf. Oh, es ist ein Baby. Wo bist du? Wo bist du, Baby? Baby? Wo ist das Baby? Wo ist er hin? Bist du da lange gekochen? Oh ja. Okay, final battle. Okay. 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 Ah, ich glaube, ich habe ihn ein bisschen kapiert. Oh, okay. Puh. Ich muss aufpassen. Hast du dir gesehen? Das war's. Da kommt doch noch was, oder? Sag mal, Lee. Bist du das etwa? Hast du dich ausgezogen, um mir zu imponieren? Wow. Oh, okay. Alles klar, großer Mann. Ich habe es kapiert, du willst mich töten. Alles klar. Hm. Ich habe keine Heilung mehr. Ah, doch, da. Okay. Das ist nicht gut. Was muss ich angreifen? Autsch. Autsch, was muss ich angreifen? Da oben. Der ganze Bosskampf nochmal. Der ganze Bosskampf nochmal. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein. Ach, da. Hm. Das war's.